hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ls 19 erln grad ja nachdem wir jetzt drei vier tag nichts kamen davon sondern viele bietet von bau simulatoren man auch mal ja kommt mal wieder an und ich kann jetzt schon gleich mal sagen ein grad wird jetzt die nächste woche wenig kommen wird vielleicht mal ein zweites mal geben aber war wenig da wird zur seite zu daten da ist ein dukast viel spiel die weiter viele müde zusammen die sind auch immer kommt da ich baus und leider ja auch jetzt schneiden alles das kameras da ich baus oder sehr viel schneid ist nicht so sehr viel zeit auch er kann aufzunehmen oder halte ja da war so viele verraten spielte ist es dann und ich sage ich lust noch da gut lief es gibt nichts warum schreibe anmerkung selbst kriegst immer wieder lust ist das sieht man keiner sieht man noch auch gut erstmal hier sogar etwas wird gebracht fett und jetzt wo was wird bald weiter geht und zuvor Branche gut und auf dem Feld drauf für der Traktor klar ist das ist er bei Felder da ist er hat schon angefangen perfekt so wünsche ich mir das ja aber alle wurde von weiter ja jetzt aber hier ist der bahn wickel ist der bürger es ist es ist das ob hier liegt noch wenn ich nicht gut fühlen ein ich will der bahn riecht aufgehen also jetzt wollte ich doch verarscht habe ich das wollte anrufen stopp stehen bleiben das heute darunter ja gut vielleicht kommt schon später und das haben wir irgendwie noch ihn gewählte seit ich da reingeholtet Götter ich habe ihn also wenn sie mit dem Hof umbauen aber dafür braucht man Geld und für Geld auch machen das ist das ist das Wettbewerb so was ist weil wir müssen auch nicht gehen Gitter X und heute steht 2020 auch wiederum also morgen ist heute so was richtig das war ja speziell ist ja so aber gut aber wo das war 21 was besser wird auf weihnachten alle gut umgebracht mich auf die freude noch kommen das ist schon nicht so jetzt so brems es auf was oder konter stoff acht über streue war ganz wichtig schon ein paar mission machen bei hesselspäckern bleiben wie viel eigentlich der kleine kost erstattet die jahre 50.000 der frucht starten wenn das was größte zu früh los waren mal verkauft das dafür müssen wir sagen ich hätte jetzt ist noch gehen hier ihm so oft ist das noch so feuerwerk eingefügt oder so also hier bei der es aber es gab 17 feuerwerk mod nur 19 nicht mehr aber keine aufstege brachte zu konvertieren und ich bin kann so was überhaupt nicht weil ich jetzt noch gehabt hätte ich vielleicht dann noch gemacht aber bist du wissens wird jetzt hat unnötigerweise gut ich hab mir auch nicht installiert der rote dabei ist dass er mal kaputt war letzte das deutschland gibt gern und ja dadurch war das zahlrecken auch gut ich hab mir dabei gespielt also war halt schade die ganze spielstätten naja vor allem schade blüben geboten botz die brotter merko bidee blöde bein der jetzt jetzt ist es hat es hat er verloren das war ... ... ... Gut, dann. Yuki, dann mal. Wir haben die CSZ-Dinger eigentlich zur Kamera, nee. Das nervt mich nicht mehr. Fahr doch. Schon für echt, dass die im nächsten L.S., der auf die nächste auskommt. Besser ein KI-Verkehr. Das ist perfekt. Also, ja, klar. Wollen die auch mal in Schweiß zu sein. Aber die kann man nicht wegrappen. Da fliegt die halt mal fünf Kilometer weg. Und da verscht gegen hier und fertig ist. Die Leute nicht. Gut. 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 Dann weiter. Gut. Gut. Ah, die Länge. Puh. Naja, gut. Nur die Kamel vor der Bild gestriffen. Sehr schön. Gut. Ah, die Länge. Dann weiter. Da. Das hat er. Also der wendet. Ich hab schon gedacht, was hat der jetzt vor, weil der schulden wird. Aber gut. Der tut nur wenden. da kommt was ist bald lege was überwenden das ist ich will nicht aber ich stelle mich nur jeder macht du mal weiter mit was da los da rumpen von der es es das spiel dauert aber auch so lange naja dafür geht der andere kam ich ich glaube doch zu viel da da weiter hatte sieben naja doch eine gute anzeige der kommt er liegt doch schon drinnen jetzt hat er noch unterliegt noch ein ball mehr aber gut dann sind wir zum nächsten folge wieder nächstes jahr siehst du wie es aussieht dann würde ich auch schon guten rutsch das neue jahr dass nichts passiert silvester gut ohne bilder sondern eigentlich und heute ankommen doch noch ein anderes video war ein bisschen was anderes das ist schon noch ein spiel ganz normal aber als es ist gut da gibt es schon das leiter doch gefallen hat aber ob ich zu verpassen und bis nächsten folge